. Drei Wildschweine, drei Rehe. Vermutlich angeschossen und dann einfach ihrem Schicksal überlassen. Revierförster Rolf Fischer und sein Hund Adam haben die Tiere in einem Wald bei Hilperhausen gefunden. Ein Wildschwein direkt hier, zwischen den Sträuchern. Es war schon tot. Doch vier der Tiere haben noch gelebt, als Rolf Fischer sie fand. Ich muss sagen, das hat mich auch nicht ganz unberührt gelassen. Weil ich einfach das Leiden des Tieres sehe. Die Tiere äußern diesen Schmerz nicht. Sie leiden still vor sich hin. Das ist das Schlimme daran. Das geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Sechs tote Tiere in sechs Monaten. Das kann kein Zufall sein. Zumal die Tiere laut Fischer offensichtliche Schussverletzungen hatten. Waren Wilderer unterwegs? Ja, glaubt der Förster. Doch statt die Tiere mitzunehmen, um sie zu essen, habe man sie einfach elendig sterben lassen. Für mich hat das mit einem Wildern, wie es in manchen Heimatfilmen manchmal romantisch verklärt wird, überhaupt nichts mehr zu tun. Die Stücke werden ja auch nicht geschossen, um sie zu verwerten, sondern offensichtlich ist der reine Mutwille der treibende Grund dabei. Die Lust, ein Tier einfach so zu töten oder zu verletzen. Auch Wilfried Marchewka vom örtlichen Jagdverband ist beunruhigt. Schließlich gäbe es immer wieder solche Fälle. Ja, es ist mir unerklärlich. Es gibt ja da die verschiedensten Fälle, dass Nachbarn auf Katzen schießen mit dem Luftgewehr oder dass Pferde misshandelt werden. Ich bin zwar kein Psychologe, aber mir ist es völlig unerklärlich, wie sich Menschen dort an wehrlosen Tieren zu schaffen machen. Nun ermittelt die Polizei. Konkrete Hinweise, ob es wirklich Wilderer waren, gibt es aber noch nicht. Wir sind natürlich auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Und Sie können sich vorstellen, es ist sehr, sehr schwierig für uns im Wald, da nach einem Wilderer zu suchen. Und da stehen wir aber auch in engem Kontakt mit dem Jagdwächter beziehungsweise auch Hessen-Forst. Bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe stehen auf Jagdwilderei. Rolf Fischer hofft, dass der Fall schnell aufgeklärt wird und dass er bald wieder in seinen Wald gehen kann, ohne die Angst, ein totes Tier zu finden.